Am Strand von Florida ging sie spazieren und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame, piekfeine Lady fiel bald in Ohnmacht und war sehr empört. 8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi-Pitzi-Tini-Weenie, Honolulu-Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi-Pitzi-Tini-Weenie, Honolulu-Strand-Bikini, ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. 1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei? Pa, 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 pa. Die Caballeros am Copacabana, die rannten ihr immerzu hinterher. Da lief sie weg und vor Schrecke gleich ins Wasser, dabei entfankt sie beinahe noch im Meer. 8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi-Pitzi-Tini-Weenie, Honolulu-Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi-Pitzi-Tini-Weenie, Honolulu-Strand-Bikini, ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. 1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei? Pa, 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 pa. Ja, in Venedig war gerade Biennale, ein Fotograf, der hielt sie für nen Start. Doch in der Zeitung stand später zu lesen, dass der Bikini nur Schuld daran war. 8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi-Pitzi-Tini-Weenie, Honolulu-Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi-Pitzi-Tini-Weenie, Honolulu-Strand-Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn und dazu sie den Bikini, den sie nirgends tragen kann, ganz alleine zu Hause in der Badewanne an.